Und damit herzlich willkommen zurück, ich baue hier jetzt weiter. Und ja, wir werden damit in diesem Part auf jeden Fall fertig und dann machen wir auch was anderes. Dann hören wir nämlich vorläufig auf. Was machst du eigentlich gerade? Guckst dir einfach an. Weiß ich wo du bist? Find mich halt. Na, ist das der Fischi? Wird da hier gerade den Marktplatz? Mensch. Wird das ein Brunnen? Sieht so aus. So. Ich werde jetzt ein bisschen anpflanzen gehen. Oh, das war nicht meine Treppen, wollte ich gerade sagen. Ich fand auch schon mal an, sechs Kartoffeln zu pflanzen, weil ich will noch in so einem kleinen Garten vorne was haben, weil das einfacher zu farmen. Äh, Momentchen mal kurz. Und damit herzlich willkommen zurück. So, damit du auch richtig schön nicht wieder rauskommst aus dem Brunnen, wenn du reinfällst. Ähm. Jörg, hast du gerade Wassereimer zufällig dabei? Ja, ein. Okay. Hast du gerade was zu tun, oder? Hättest du kurz gesagt? Ich grabe mich gerade zur nächsten Mine hoffentlich runter. Okay, okay. Aber du könntest gerne zu mir herkommen und mir noch ein paar Sticks mitbringen, oder zumindest ein Holz, weil ich habe nicht genug Leiter mitgenommen. Eindeutig nicht. Gut, äh, dann muss mir aber erstmal jemanden in den Wassereimer bringen, damit ich wieder rauskomme. Ja, und du wirst mich wahrscheinlich nicht finden. Wahrscheinlich. Ich hätte Markierung machen sollen. Ja, es ist übrigens gleich Nacht. Hast du ein Badmast? Nein. Jörg, kommst du kurz da raus, hilfst mir hier kurz raus und nimmst dann auch gleich einen Wassereimer mit. Oh, Alter, ich habe genau so tief gegraben, dass die Leitern passen. Ah, so ein Pro. Ja. Ja. Ja, sonst kann ich dir einfach Wasser einmal mitnehmen. Ich muss mir erstmal hier selber eine Markierung machen, sonst finde ich das hier nie wieder. Ja, das wäre gut, weil sonst komme ich hier nie wieder raus. So, machen wir erstmal einen Rücken. Ich hatte zwar vor, dass man da nie mehr rauskommt. Naja, ich hatte vor, dass man hier drin sitzt und nie wieder rauskommt, wenn man nach oben schwimmt, aber so einfach war das nicht gedacht. Also, so wie es jetzt ist gerade. Man sollte schon wieder rauskommen. Halt nur bis zum oberen Rand und dann jemanden brauchen, der im Helft. Man kommt ja auch nicht rein ohne Hilfe. Einfach oben irgendwo hinsetzen. Oh, ich habe ihn jetzt runtergeworfen. Alter Schwede, was ist denn da zu tun? Du meinst, du willst den Wassereimer haben? Ich dachte jetzt nicht, dass du den Wassereimer hast. Ja, ich kriege das von mir aus unten hin. Ich komme hier schon irgendwie wieder raus. Ich bin nur gerade einmal unten und dann baue ich auch gleich einmal zu. War jetzt hier im Bauernhaus wieder ein Bett? Nein. Doch, ich habe eigentlich eins hingesetzt. Achso, okay, Frey, die hat eigentlich eins hingesetzt. Kann ich da her schlafen? Ja, ich muss jetzt erst mal zum Brunnen rauskommen, sorry, jetzt musst du kurz warten. Ist kein Bett im Brunnen? Nein, ich habe auch keins dabei. Nein. Ich hoffe, ich komme hier überhaupt draußen mit dem Wasserereimer, den er mir jetzt reingesetzt hat. Runtergeworfen meinst du? Ja. Nicht reingesetzt. Nein, reingesetzt wäre hilfreich gewesen. Ja, dann formuliere dich halt richtig. Ich komme, 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 ich komme. Oh, geil. Ja, nein. Genau, nein, 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 nein. Du Wichser. Da, gut, es hat geklappt. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Okay, jetzt kurz zu Kishi laufen. Nein, nicht zu Kishi laufen. Kurz zu Jörg laufen. Bei Kishi ist es immer schlecht mit Schlafen, momentan. Ja, wir sind da, stehen wir ja, ne? Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, nach dem Bett gehe ich auch, äh, nach dem Part gehe ich auch wieder. Nach Narnia? Ja, nach Narnia. Ja, wo kommen wir in die Mine rein? So, da ist ein Kackstift mit einer Fackel drauf und da rum sind Fackeln und... Was ist das zu finden? So, bei der Baumfarm in der Ecke. Gut, wenn ihr bei den Mine geht, dann kann ich ja den Marktplatz bei der Mine. Ja, ich brauche, ich hab das so einigermaßen offenen Dinges gesehen, ich weiß nicht. Ich weiß, ich kenne das. So haben wir auch die bei Kirche gefunden oder was gesagt, unter deinem Haus. Ja, ich hab die so bekommen. Wer hier jetzt? Die, was du gerade erwähntest. Die unter Kirche Haus. Das hier übrigens, äh, Dinges zu viel gesetzt. Achso, ja, genau. Das hier war. Ja, ich hatte mit Kirche schon drüber diskutiert, dass da irgendwie Minen sind wohl, wegen dem komischen System, was man da sagt. Ja, das ist die, die bei... wo wir ja schon drinnen waren. Ja, ja, genau. Bist du denn jetzt, Freddy? Ja, ich bin gerade runtergegangen, aber da ist mir aufgefallen, dass ich keine Leitern habe und dass du Leitern bestimmt gemacht hast. Ja, ja, ich hab 63 Stück mit, das sollte reichen. Ja, ich warte dann einfach, bis du irgendwie sowas hast, wo ich dann gerade graben kann, wo ich nicht irgendwas mit Leitern machen muss. Moment mal. Was zur Hölle ist das da vorne auf dem Herd? Scheiße, ich sterbe. Warum? Jagdstab. Ja, das war... Wenn man nicht die Leiter runtergeht. Hey, dann müsste doch dann... Oh, nee, nicht dein Ernst. Bist du echt tot? Oh, doch. Hey, du hast doch extra eine Leiter noch an die andere Wand gesessen, dass man dann nicht sterben kann. Hab ich aber nicht gemacht. Geh, lass mich mal erstmal runtergehen. Vielleicht krieg ich wenigstens noch ein, zwei Level von meinen 28. Das kenn ich ja vorher. Ja, ich wollte es gerade sagen. Dein Brustpanzer liegt übrigens hier oben. Ist der besser als meiner? Ich stecke wahrscheinlich hier, ich stecke wahrscheinlich hier. Ich stecke wahrscheinlich hier, ich stecke wahrscheinlich hier, ich stecke wahrscheinlich hier, ich stecke wahrscheinlich hier. Ah, geschafft. Du kriegst, du kriegst von halten, der ist kaputter. Hier, ich mach's mir runter. Er hat das verdient, er ist gestorben durch Fallschaden. Lustig finde ich, dass es inzwischen auch da steht, wenn du irgendwie vor jemandem, also wenn du von dir geschlagen wirst. Mein Inventar hat sich genauso angeordert, wie es war. Sexy. Okay. Oh, jo. Aber wieso habe ich, hat mich einer von euch geschlagen? Heute noch nicht. Also grundsätzlich ja, aber heute noch nicht. Weil, ich habe keinen Eisenhelm mehr. Habe ich eben auch schon gesehen. Ich dachte, du wusstest das. Ist mir gerade aufgefallen. Ich bin noch equipped gut. Ähm, dort. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Mauern mehr. Ich habe keine Mauern mehr. VTF? Tschüss. Okay, jetzt baue ich da hinten noch einen hin. So, einmal Brunnen gleich fertig. Ich habe schon wieder keine Zornen mehr. Ah, Gott ist das nervig. Und ihr beide seid jetzt in der Höhle gegangen, richtig? Nee. Nee. Finde ich ja noch nichts. Okay, vielleicht ist es zu tiefer. Vielleicht ist sie weiter zur Baumfarm hin. Ja, ich habe das auf der Dynamic Map so einigermaßen hingeguckt. Kenn ich. Bin jetzt schon auf Diamantenhöhe. Oh. Äh. Dann hol ich euch. Das ist zu tief für eine Mine. Nee. Ich habe schon eine Mine gehabt auf Bedrock. Ja, die dann halt dahin geht. Die dann halt dahin geht. Aber nicht so tief anfängt. Keine Ahnung. Ich gucke. Ich grabe so weit runter, wie es geht. Leider war nichts gehört. Was zum... Ja. Okay, tschüss Treppen. Ja, ich bin am Bedrock. Scheiße, ey. Läuft bei dir. Wunderbar. Das ist das spannendste in Microsoft, was man machen kann. Was? Nix. Stripangeln. Nein, Stripangeln ist interessanter. Nein, Angeln ist interessanter. Aber bei Stripangeln ist wenigstens noch irgendwie die Chance, dass irgendwas kommt. Beim Angeln ist es einfach so. Jetzt habe ich nicht genug mitgenommen. Ich kotze. Mal ein bisschen Holz klauen. Einmal die mitnehmen. Was wollen wir denn auf dem Markt? Kannst du noch alles haben außer dem Brunnen? Hm. So Marktstände zur Deko. Okay. Gut. Also bräuchte ein paar Melonen hin und sowas. Ja, sowas. Ich habe mir das so vorgestellt, vielleicht so mit Zaun und da drüber halt so Teppich. So, weil auf dem Markt schon haben wir immer diese Stoffteile, ne? Okay, unser Brunnen sieht jetzt japanisch aus. Danke. Bitte. Da nicht für. Ich habe verzauberten Bogen gefunden. Mit Stärke 4, Schlag 1 und Haltbarkeit 3. Hauptsache, du findest kein Infinity mehr. Ja, ich habe doch einen Infinity-Bow. Ja, eben. Wenn ich die beiden zusammen mache, dann habe ich Überbogen. Für uns. Ich hätte auch heute nicht mehr. Oh, ich bin so verplant. Oh, Alter, wo bist du denn? Eine Kackmine, ey. Weiß ich nicht, Jörg. Tut mir leid. Nein, ich auch nicht. Ich würde es dir sagen. Hast du ja verdient. Hat er verdient. Oh, ich brauche es zu essen. Mach mal. Ich darf mal kurz Hühnchen auf die Hand tauen. Wieso ist die jetzt eine Leiter kaputt? Ja, ey. Wo sieht man denn da? Der Dillmap, die Minen. Du gehst auf Untergrund. Also das Blaue anstatt das Grüne. Ja, das habe ich gerade. Und wenn du gute Augen hast, siehst du das. Da siehst du auch meine Mein-Gänge. Ja, genau. Ich habe schon mal. Das Ding ist auch schon mal. Oh, schreien wir noch mal so. Oh, das sind deine Mein-Gänge. Hm. Das ist ein paar. Teppich haben wir da, ne? Ja. Und ich hatte mir jetzt minus 802, minus 594 aufgeschrieben. Da habe ich eigentlich gedacht, ich bin genau drüber. Müsstest du eigentlich auch sein. Oder bin genau auf der Höhe. Müsstest du eigentlich auch sein. Aber. Keine Ahnung. So, jetzt kann ich den Brunnen fertig bauen. Sowieso keine Ahnung, davon macht jeder es mal lieber. Machen wir ja schon. Ich mache hier gerade Probebohrungen in meinen Schacht, aber finde ich nicht. Probebohrungen. Äh, dann kommt da noch das hin. Oder komm, ich baller jetzt einmal die zwei Glowstones ran. Oh, ne, eine gleich. Eine müsste entsprechen, aber egal. Ah, ich habe es, glaube ich. Schick. Jo, ich habe es. Geil. Oh, jo. Ähm, dann kommen wir hier. Momentchen nochmal. Äh, ich bin nochmal ganz kurz weg, bis dann. Und damit herzlich willkommen zurück. Ja, tschüss. Ähm, wie groß mache ich die Marktstelle nochmal? Ich habe jetzt übrigens was zu essen hier. Nicht so groß, würde ich sagen. 4x4? 5x4. 5x4? 1, 2, 3, 4. Ja, sie glaube ich ganz gut aus. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja, das muss reichen, so. Und Freddy, wenn du willst, kannst du runterkommen, ne? Sind da ekelhafte Gegner, die mich töten? Noch nicht. Oh, nur drei Level. Das ist das Beste. Äh, das macht man ja am besten so Theken-mäßig so ein bisschen. Dann nehme ich mal das da. Also du musst wieder bei diesem, äh, Turm da. Ja, du kannst auch runterspringen, ich habe ein 3-tiefes Wasser gemacht, also. Ein 3-tiefes Wasser? Ja, das war 3. Ja. Kriegst keinen Schaden mehr. Ich habe Angst, ich mache es trotzdem nicht. Machst du halt nicht. Ich ja spinne. Ich nicht. Ich habe nur so einen kleinen Teil von der Mine erwischt. So, wenn wir schon weiterfinden. Ich hasse es. Also die Mine ist über uns. Ja, auch. Aber hier geht es auch noch weiter, also so ist es nicht. Oh, dieses Kackwasser. Warum hast du gerade Schaden bekommen? Na, das freu mich auch. Wasser ist gefährlich. So, auch was. Und dann kommt man hier rein. So, Moment, Moment. Ich mache jetzt, dass so ein bisschen die Marktstände im Berg stehen. Ja, das würde ich nicht sagen. Ich würde schon eine Freifläche machen. Ja, die Linke zumindest. Sollte. Weil es einfach besser aussieht. Ich habe alles mitgenommen. Ich habe alles mitgenommen. Gold ist gar nicht mal so unnötig. Wenn ihr wirklich so eine große Bahn machen wollt, wie ihr immer sagtet. Ich wollte sie machen, oder wer? Ich und ich, Mann. Achso. Aber nicht irgendwie zu einer Städte unserer so eine U-Bahn. Was? Eine U-Bahn, unter anderem zu Game Chess. Das hattest du sogar in irgendeinem Part mal gesagt. Den ich neulich erst geguckt habe. Von uns. Ähm. Boah, leck. So, mit dem Marktstandstand... Hä? Mit dem Marktstand kann man jetzt noch von mir aus irgendwas machen. Ich gehe jetzt aber gleich erst mal auf. So, dann kommt da noch mal so. Oh, Alter, dieses Kackwasser. Jörg ist richtig begeistert von der Miene. Ich höre das schon. Ja, das ist so scheiße. Nein, nein. Darüber, dass ich lebe. Das ist richtig gut, wollte ich sagen. Eins, zwei, drei. Ich freue mich so. Ja. Ich freue mich so richtig, wenn man davon auch noch Scheraden nennt. Macht ihr noch so eine Unterwasserbahn, wo man dann so in so einem Torhüter das Wasser gucken kann? Viel Spaß. Hier ist ein Slime-Spawner. Weißt du, so ein Raum. Kennst du das? Ein Slime-Spawner? Naja, so ein unterirdischer Raum, wo... Wo ich wen sehe. ...vieleckig gebaut ist. Ein Spawner. Also, ein Dungeon. Ja, sozusagen. Aber kein Slime-Spawner hätte, oder was? Ja, ich komme ja, wenn ich das Wasser eins zulassen würde. Ach, da. So. Ich weiß jetzt schon, dass wir uns einfach nur nach oben graben werden, weil wir uns sowas von verfremd sahen. Hundertprozentig. Ich hasse. Hier berührst du noch zwei Fackeln. Super. Und dir schon bewusst hast, ob ich dann abholen muss, wenn ich mich verlaufen hab. Ja, ich seh' nicht wahr. Okay, man kann Teppich nicht in die Luft bauen. Echt? Nein. Das ist gut zu wissen. Noch geht. Mal gucken, wie das dann aussieht. Ob das dann scheiße aussieht. Wahrscheinlich sieht es dann ziemlich scheiße aus, wie ich es jetzt baue. Moment. Keine Kiste bisher. Aber du kannst Teppich übereinander bauen. Okay. Tschüss. Also, dass es jetzt weißer Teppich ist, ist es ein Zufall, weil wir hatten da nur weißen Teppich. Aber... Wird das dann später so Bond machen. Ich weiß nicht, ihr könnt euch das mal angucken. Ich gehe jetzt auf... Also, ich gehe jetzt mal runter vom Server. Beim nächsten Mal werde ich dann vielleicht eine Fischfarm bauen. Mal sehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Viel Spaß bei den vorherigen, nächsten, was auch immer, irgendwelche anderen Projekte. Und macht's gut. Tschüss. Wieso gehst du runter? Ich jetzt runtergehe.